Wir sind kurz davor den Titelmann von Roman Reigns zu überholen, 1253 Tage hat er hier ingame als Zahl eingetragen, die richtige Zahl war ja natürlich 1316, aber ja, ob es jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger Tage sind, macht eigentlich auch keinen Unterschied. Ja, miz, ich habe genau zero Patience für Sie, oder any of das. Ich will die Bloodline, und ich will sie jetzt. Ich bin generell nicht in der, dass der Dark Horse was er will, business. Aber in diesem Fall, ich kann nicht warten, um zu sehen, Brock und die Bloodline zerstören Sie und Ihre großen Räume zu verleten Roman Reigns bei Mania. Hm, Sie werden sich nicht verweigert. Ja gut, miz, mal wieder sehr motivierend am Start. Oh, Sammy Zane? Hey, I hear you going after the Bloodline after what they did to you and Regal. I am. They're going to get what's coming to them. Nobody knows the Bloodline better than I do. I know your story, Sammy. You don't. You only know what you saw on TV. Let me help you take them down. Sammy, I appreciate that. I do. But this is something I have to do on my own. Look, I tried to take out the Bloodline alone, and it didn't work. You need backup. I owe my career to Regal. I wouldn't be where I am today if it wasn't for him having faith in me when nobody else did. And then the Bloodline tore him apart while I did nothing. Nothing. I hear you, but I'm telling you, you're making a mistake trying to do this alone. We haven't even talked about the fact that they have Brock Lesnar now. I don't have time for any of this. I'm done talking. I'm taking down. Well, I tried. Good luck, Champ. You're going to need it. Hm. Okay, ich glaube, Sammy hätte uns schon gut helfen können. Aber gut, wir machen das Ding jetzt erstmal alleine. Und die WWE macht Auge. Alles klar. Ach, wie gut. Solo Secor, der so richtig auffällig alleine Backstage durch die Gegend läuft. Warum geht mein Controller nicht? Okay, gut. Ich musste einfach mal das Spiel neu starten. Absolute Ehre, weil der Controller wurde angezeigt und hat auch funktioniert. Im Menü. Und in Sofortspielen konnte ich ihn auch auswählen. Aber in My Rise hat er einfach nicht funktioniert. Warum auch immer. Ganz große Ehre. Aber gut. Wir machen Solo erstmal ein bisschen Damage hier. Oh, Backstabber. Bam, bam, bam. Zum roten Auto. Komm, geh mal weg, Solo. Haben wir irgendwo noch irgendeine schöne Waffe? Außer die Schippe, die da lag. Okay, das Schild kann ich leider nicht mitnehmen. Eigentlich echt sehr schade. Oh, lol. Noch so ein Schild, was hier oben steht. So. Natürlich. Das ist ein Schild, das ist ein Schild, das ist ein Schild. Alter. Eilmeldung. Bei einem brutalen Parkplatzüberfall durch die Bloodline verletzte Ali, der, so rum, wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ah, geil. Ja, ein bisschen ungeil, aber auch irgendwie unsere eigene Schuld. Aber ich glaube, Sammy hätte uns da auch nicht geholfen, wenn wir da zu zweit gegen gegen drei gewesen wären. Aber gut, das würde er jetzt wahrscheinlich anders sehen. Das hat nicht so gut geschaut. Ja, vielleicht warst du richtig. Es ist keine, die die Bloodline auszunehmen, eine an die Zeit. Es ist nur, um sie alle auszunehmen, mit sogaren Nummern zu nehmen. Die Usos haben heute Abend ein Spiel. Ich sollte danach streichen, wenn sie es am besten erwartet haben. Oder, ich würde sagen, wir. Du gewinnen? Ja, aber wunderschön, wie sie operieren, wir brauchen einen mehreren Mann. Hast du jemanden in mir? Ich glaube. Ja, macht ja eigentlich nur einer Sinn, ne? Let's do this. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Usos ihre Singles-Outfits anhaben. Macht irgendwie gar nicht so viel Sinn. So, in die rechte, untere Ecke. Das Ganze müssen wir aber nur noch mal probieren hier. Aber So, so, so. Ja! mit der ehrenhaften Musik oh man das muss ich echt fixen muss ich echt mal daran denken bevor ich hier die Folge anfange die Mucke passt halt einfach so gar nicht ach ja Roman ist immer immer am tweeten von seiner Hollywood Schaukel aus you must be feeling pretty good about yourself after outsmarting the bloodline well you get to keep riding that high because I have some good news for you that would be a first miz has made a match you and your two self-destructive brothers in arms are going to take on the bloodline in a no disqualification six-man tornado tag match oh you managed to get that out without looking at the note on your hand good job Troy we accept einfach wieder aus dem Leben gedisst den armen Mann na dann mal los ich denke das wird wild oh god er ist mal sich selbst direkt komplett hier außer Gefecht gesetzt ich find's schade dass gar nicht so richtig drauf eingegangen wird dass ich KO und Sammy habe also ich denke es würde null Unterschied machen ob ich jetzt aua Kevin genommen hätte oder Rawlins oder LA Knight Ups Aua Aua das war nicht mit Absicht KO so Bam einmal hat der Corner Running Splash endlich geklappt unglaublich faszinierend bam so Jimmy ist gestunt können wir gleich mal weiter mit arbeiten hier äh Anonymous Table finde ich echt sehr schade dass die Abdeckung vom Ansagertisch dass die da einfach verschwindet finde ich wesentlich cooler wenn die da bleiben würde so Oshigurashi gegen Jimmy na oh god wow der Signature in den Signature und die Bloodline hat die Kontrolle übernommen ne und Jimmy löst das Cover von Jay auf oh god und Solo bricht den Kendo Stick auf seinen Bruder alter alter was für ein Schlachtfeld während Jay da am Posen ist läuft bei ihm da müssen wir jetzt hier den Stuhl benutzen so Solo der Stuhl sieht schon nicht so gut aus so aber okay wieder zurück in den Ring können wir Jay attackieren oh die hat moin ja lol das äh sieht gar nicht gut aus so Jay ist aus dem Gefecht Solo oh my god er ist ausgewichen und wir haben ihn trotzdem noch irgendwie getroffen komm Solo komm her du gehst jetzt durch den Ansagertisch oh god der Konter nee wir bleiben hier so einmal dagegen äh 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 hallo hä ich konnte einfach nicht mehr grappeln oh god wir sind schon direkt scheintot okay da kommt halt Jimmy her so bitte äh wir kriegen das einfach nicht hin Alter so da geht doch wow hä alter okay ich hab eigentlich B gedrückt war eigentlich gekontert aber gut bam Suicide Dive und Solo trägt Sammy rum so können wir jetzt bitte irgendjemand durch den Tisch hauen danke hallo 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 spiel hallo wow ich konnte ihn einfach nicht raufheben so vierter Versuch ich warum darf ich ihn nicht hochheben warum sind vor allem jetzt alle hier okay Oshiguroshi okay gegen Solo funktioniert er Neck Crank während Sammy genau macht was wir eben gemacht haben Alter ich hab wieder B gedrückt Mann ey okay wir müssen hier weg hallo ey oh Gott das ist alles so awkward hier gerade wir müssen hier irgendwie aus der Zone raus wo Sammy und KO sind aber ich krieg ja ich krieg Jimmy einfach nicht in den Ring okay da kommt Solo und jetzt kommt noch KO hinterher Kevin siehst du nicht das nein okay dann halt so er würde eh auskicken so dann halt so Stun erreicht nicht da gibt's noch den Brain Buster was Alter so Solo Subnex Jimmy Aua der Sammy kommt auch nicht auf die Idee mir vielleicht zu helfen ne ah ja man muss sich nur beschweren oh Gott Jimmy geht für ein Uso Splash wir kommen einfach nicht hinterher Alter so weg wie war das denn bitte schneller als mein mein Finisher what the fuck oh mein Gott wir sind so im Arsch also es funktioniert gerade irgendwie gar nichts mehr so richtig und warum er immer pinnt jetzt Kevin Jay so endlich Brain Buster 1 2 Alter Spear von Jay New Job geht daneben so komm Face Wash oh mein Gott oh mein Gott was ist das denn für ein Bullshit der eigene Teammate verhindert die Aktion und dadurch kriegen wir den Finisher wow so Kayo du löst das Cover aus und wir kriegen die nächste Combo ab so komm komm klar jetzt los hä hä ist ja die Animation jetzt so Oshiguroshi Jay ist raus jetzt hier noch Jimmy Jimmy ist auch raus jetzt muss man nur Solo aufhalten und das Ding ist gewonnen boah Alter war das anstrengend oi 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 ach ja wir sind ja Doppelchampion ey das ist ja halt auch einfach nur komplett what the fuck what als ob Oh my god Oh god Meine Familie hat mich enttäuscht, wieder mal, aber ich brauche sie nicht. Ich kann es kaum erwarten im Trailer am Set meines neuen Films zuzusehen, wie The Beast Rock Lesnar die traurigen Reste von diesem lahmen Gaul verputzt. Ich habe dich gewarnt Ali, jetzt bist du dran. Okay. Ich habe dich über den Rest von deinem Leben. Du kennst die Definition von Insanität, nicht wahr? Mal wiederholen die gleichen Aktionen, wiederholen und wiederholen? So was? Was? So das ist du mir überraschst, und es blöde in deinem Gesicht, jederzeit? Nicht dieser Zeit. Nicht gegen Brock Lesnar! Lesnar! Ich werde dir ein Bild schildern. Ich behalte meine Titel heute Abend, tiefe Roman's Universal record. Dann morgen, ich schaue Night Two of Mania, mit meinen Fett in der Skybox, als die Uhr schlägt, und ich schlaue Roman's record. Nein! Ja! Ja, Miz. Ja! Ja! Und dann, auf SmackDown, ihr werdet ihr den Honour haben, mich als der längst reingende Universal-Champion in WWE-Historie. Ich behalte dir, das wird nicht passieren. Ja, äh, ich bin auch ein bisschen skeptisch, Leute, muss ich wirklich sagen. Aber ich bin noch ein bisschen gemein, denn wir werden nächste Folge zu WrestleMania gehen. Erstens, damit diese Folge hier schnell genug rauskommt für euch heute, und zweitens, dass ich auch einen kleinen Teaser für nächstes Mal hab. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer, lasst trotzdem gerne einen Like, da ist ein Abo da, falls ihr neu seid, und wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, und ciao!